Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bioshock und ich sehe gerade wir kriegen hier gerade irgendwelche Belohnungen für irgendwas ich glaube für den Season Pass den ich mir geholt habe und den können wir uns irgendwo in einem Restaurant holen. So, wo sind wir hier gerade? Du bist über Langfall. Verzeihung, Sie haben keinen Zutritt zum Ultimate Island. Sie müssen gehen. Personal erreicht die Insel über die Skyline. Die Skylines, ha? Diese Dinger mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. So, wo dann muss ich? Fuck! Woah, das ist mal geil. Halte sie auf! Ich hab ihn! Er ist in Kolumbia. Voll krass, hartzir und adlist wie alle seines Schlags in Sodom unter uns. Er sucht das Loch und eilt zu seinem Turm. In diesem Moment, er führt Böses im Schilde! F-Infusion. Achso, wir haben eine Schild-Infusion, eine Salze-Infusion, vielleicht nehme ich hier meine Lebens-Infusion. Gott! So, da sieht man noch irgendwas. Ach, wo ist die Gäste? Huf! Damit ihr kannst Waffenwechsel machen, ne? Das machen wir jetzt mal her. Reload. Okay. So, Salz. Was? Welche Richtung müssen wir denn? Fuck! Das gibt's hier und ich bin jetzt gerne rum zu hören. Huf! Warte mal. Mountain Island. Monument Island. In die Richtung. In die Richtung. F- Huf! Woah. Warte mal. Hoppala. Lut ist mal mit Absicht. Skyline Control. Halt mal drücken. Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Da reute ihn, dass er gemacht hatte den Menschen auf Erden. Eben, Regen, 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Zweite Arche? Hat das in Rapture nicht geklappt, oder was? Ja, muss man gerne reißen. Nichts, er ist runter. Wir sollten ein paar Türen eintreten. Die Striche keine Türen halten. Weißt du, was für ein Gesindel hier wohnte? Wir haben das Schiff übernehmen. Weißt du, was der Kerl getan hat? Was erwartest du von einem Anarchisten? Jetzt laufen sie abgerichtet wie Hunde. Die gehen auf den Hals. Und heute wird der Gewalt. Ausgerechnet heute. Weißt du was? Am besten nehmen wir alle hoch, die gut über die Fox reden. Noch mal ein paar Mal. Das bringt uns wieder abschließen. Oben ist noch alles geiler. Wenn wir wieder raufgehen, kenne ich wohl ran. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Aber wir müssen einfach mal alles mitnehmen, was es hier gibt. Gucken wir mal, ob wir hier richtig sind. Sieht so aus. So, hier ist ein Salz. Hier enttischen wir die Maschinen. Die Missionen, die wir noch mal gegangen sind. Ach, wir können überhören und jumpen. Ja, Zuckerwatte. Immer her damit. Warum ist in einer Sola Salz drin? Ok, guck mal. Alles schon tot, gut. Ah, Kiste, Kiste. Wie glittern es? Oh, das ist wahrscheinlich eine verkurte Überriste. Oh, Salz. Portemonnaie. Können wir uns auch was mitnehmen? Mann, hier sieht es aus. Äh, wo lang muss ich jetzt? Ja, aber dann zieht es gleich dann aber in welche Richtung? Gut, in die geht es doch schon mal nicht. Oder? Ach, in Befussprogramm. Ne, in die geht es doch nicht. Also, warte mal, wie wir das ziehen. Ja, das macht doch Spaß, das Reisen. Ich darf aber anfahren. Ui! Töte zurück! Töte zurück! Töte zurück! Töte zurück! Töte zurück! Töte zurück! Ich glaube nicht. Ach, ach, hier rein aber. Ach, schon wieder, der Prophet. Ach, hier will ich. Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wundet nie, die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel. Und natürlich, Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauchen? Wie ist das? Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Bocker. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. Levit. So wie Blut der ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe Ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind Sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Bocker? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, David. Aber so endet es ja immer nicht. Es endet immer mit Blutvergießen. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist kommen und dein Pfad gewunden. Geh, geh zurück in der Sodor aus dem du kamst! Hä? Hä? Warum sollte ich? Die Pistole können wir uns aber nicht wegnehmen. So, mal gucken. Geh zurück! Warum? Was macht Ihnen so ein Blutvergieß? Solche Menschen hat es sich da verhalten. Die Pistole ist auch nicht fertig. Was bleibt das der Glock? Was bleibt das immer? Was ist das für ein Blutvergieß? Das weiß ich die Lassgeräte und oder? Das weiß ich die Lassgeräte aber nicht. Was ist das für ein Blutvergieß? Was ist das für ein Blutvergieß? Der blutvergieß. Was ist das für ein Blutvergieß? Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Ich finde die Steuerung des Zeppelins. Das sieht sehr nach einer Steuerung aus, aber das ist nicht für den Zeppelin. Die Tür muss in allen Zeiten geöffnet werden. Warum? Öffnen. Ich will so eine Kult an mir machen. Ein Buch. The Word of the Prophet. Und die Steuerung. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Himmel! Zieh raus! Können wir ja doch jumpen, oder? Doch, war ich. Scheiße! Was war denn? Find ich gut. So, wir treten Mountain Island. Äh, Monument Island. Hm, Verkaufsautomaten. Dollar Bill. Oh, guck mal, was sagt er denn? Gesundheitskit, Munition. Okay. Oh, das müsste ja alles voll sein. Was ist da der? Ne, so viel Kohle haben wir nicht. Monument Tower. Es erschien mir nicht der richtige Ort. Finde das Mädchen. Da ist es. Monument Island. Möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Würde ich mir auch gerne, würde ich auch gerne wissen. Und wie kommen wir da jetzt rein? Ah, hier ist was praktisches. Oder? Oder auch nicht. Können wir einfach mal... Können wir einfach mal... Danner. Risk of this... Okay. Ich komme jetzt da rein. Na drauf schieben. Nutz nichts. Komm mal. Gleich mit unserem... Gehen. Nö. Nee, funktioniert auch nicht. Mann, ich will da rein.